und die die teckel spielen die könnte schon in kommentaren schreiben sagen so ja der hat das und das wo damit kann man dieses jetzt das tun ein labereimer sehr schön der rest aber ganz verschwinden der schlimmsten max überhaupt das laber nicht verschwindet obwohl es oder source block fehlt das sollten die vielleicht irgendwann mal endlich mal fixen lang genug besteht ja schon eisen und kopfe meine güte jetzt mal eine große ader Ja, die ist recht groß. Ne, das war's. Okay. Gut, dann auf zum Eisen. Das ist auch schon zu Ende. Gut. So muss man an den anderen Gang. Wir hatten doch noch da vorne. Oder? Ne, Steinspielzeuge reicht dafür einfach nicht. Oh. Was haben wir denn da noch? Da ist doch auch was. Nö. Nur Marmor. Und den Marmor. Erstmal nicht. Nicht so lange ich nicht weiß, ob bitte da ist. Ah, okay, okay, okay. Äh, nein. Wir haben noch was. Lö. Wir haben hier noch jede Menge Keys. Ähm. Hä? Haben sie das entfernt? Okay, das geht gar nicht mehr. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Sehr. Sehr. Das war mal eine äußerst effektive Art und Weise, Keys abzukommen, indem man einfach eine Fackel unter den Kies gestellt hat. Aber das haben sie wohl unterbunden. Fackeln können jetzt Kies aufhalten. Licht. Oh, was haben wir denn hier? Noch eine Höhle. Aber hier ist nichts. Ich weiß nichts, was mich direkt sehen könnte. Ich würde es ja anfangen zu glauben. Ist auch nichts. Hä? Warte mal etwas. Es klingt noch Wasser. Der Herr Kien-Ki, hier draußen anschauen wo das ist es muss auch in der nähe von der wasserstelle sein weil ich will das wasser tropfen ach da drüben ja dann höre ich natürlich auch alle fälle wasser tropfen ich will meine essensversorgung gedanken machen Er wird natürlich nicht ewig und drei Tage aufgespülen. Sei still, Taube. Oh, er hat einen Rabe. Oh, er hat einen Rabe. So, sollte er erst mal reichen, denke ich. Definitiv. So. Fangen wir also an mit der Feldarbeit. Was habe ich denn da gefunden? Flaxseeds. Das sieht komisch aus. Nicht nur Feldtacke, definitiv nicht. Naja. So, ein, zwei, drei, viel so weit kann ich noch. Gehst du weg? Können schon mal Flaxse-Samen und... Oder sie anderen Samen. Okay. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf. So. Das lassen wir jetzt erst mal so stehen. Ich brauche ein bisschen mehr Holz. Ist das alles, was ich noch habe? Oh, ja. Oh, ja. Das war zu sovend. bei uns das ist jetzt nicht gerade es geht darum dass die menschen so was ich auch noch aus dem text objekt kenne der weiße sieht nicht wirklich noch reizen aus tschüss mond schlafe ich eigentlich die warte dort ja das handfunktion das ist ja mal cool kann ein bisschen zeit überbrücken passiert leider nichts so ein bisschen wächst hier ja doch 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 du wächst schon was damit immer das anfangen kann man kann mit einem einfach nichts kochen außer kuchen das ist die mainin sieht seltsam aus diese stelle gehen und her gespringe ja gut machen wir was sinnvolles hatte ich noch eine schaufel ich habe keine schaufel mehr was auch noch ausprobieren wollte ob man auch aus kupfer schwert herstellen kann nein kann man nicht dafür aber ein eisenschwert so was wir brauchen ist die schaufel wenn ich werde es einmal den boden ausheben so damit war jetzt nicht zu rechnen das ist nicht mehr ist entdeckt ist inventar wie inventory wir kleiden mal unser heim mit dem äthersten aller steine aus ich bin überhaupt nicht dekadent einmal marmor fußboden bitte es reicht sogar dass wir überrascht hätte es nicht gedacht 124567 40 eingangs 50 jahr doch überraschung das ist schon ein bisschen überheblich oder ich habe einen marmorfußboden unter meinem block aus wachst wachst ich habe schon kein bonn hier ich kann euch nicht schneller wachsen lassen